Guten Morgen Frau Blum! Hallo! Frau Winser, wie geht es Ihnen? Gut, selbst? Ja, das freut mich sehr. Danke, danke. Oh, Sie besuchen Ihre Eltern. Ja, danke. Haben Sie viel Spaß. Schöne Grüße. Mache ich, tschüss. Mama, Papa? Mama, Papa? Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Mama, Papa? Sofort rücken Paul Richter und Martin Fuchs an, um das Verschwinden des Ehepaars aufzuklären. Das Zimmer im Seniorenheim lässt nur einen Schluss zu. Die beiden wurden Opfer eines Verbrechens. Wo waren Sie denn? Wo waren Sie denn heute Morgen? Was haben Sie denn gemacht? Guten Tag. Guten Tag. Sie haben angerufen? Ja, ich habe angerufen. Hallo. So, wo geht es denn? Schauen Sie sich doch mal hier um. Meine Eltern sind hier und mein Papa ist dement. Meine Mama ist eben nicht mehr so gut zu Fuß. Und ja, der Versor ist offen, aber Bargeld drin. 2500 Euro. Schlüssel steckt. Ja, zwei Perlenketten sind weg. Schauen Sie mal. Sekunde, ich schreib mal mit. Moment, Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Entschuldigung. Kein Problem, kein Problem. Das ist unfassbar. Wo sind denn meine Eltern? Ihren Ausweis brauche ich mal. Also die beiden gehören beide hier ins Zimmer, ja? Ja, genau. Dann brauche ich mal Ihren Namen und Ihren Ausweis. Ja. So, jetzt haben Sie hier gesagt, da hätten Sie was gesehen. Ja, da ist doch Blut dran. Herzig. Auch so. Die Schränke sind offen, alles ist durchwühlt. Ja, 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 ja. Dankeschön. Mein Name ist Honika Winzer. Frau Winzer. Haben die eine mobile Erreichbarkeit? Haben die ein Handy oder sowas am Mann, dass man die versucht anzurufen? Haben Sie das schon probiert? Ja, also mein Papa hat eine GPS-Uhr, aber das, wie gesagt, das habe ich noch nicht. Ich habe jetzt erst mal Sie angerufen, weil ich schockiert bin. Ja. Gucken Sie sich mal, wie das Zimmer aussieht, dann das Blut vor allen Dingen. Ja, wir gucken Sie das mal an. Frau Winzer, den erst mal zurück. Dankeschön. Von Ihnen, genau, den brauche ich auch noch einmal. Sie gehören zum Hause, ne? Ist richtig. Ja, genau. Ich bin die Leiterin. Frau Plum. Während Paul Richter die Personalien aufnimmt, untersucht Martin Fuchs den Tatort. Der Tresor mit den Wertsachen und dem Bargeld wurde überraschenderweise nicht mit Gewalt geöffnet. Wann ist Ihnen das aufgefallen? Wann sind Sie angekommen? Oder Frau Plum, vielleicht wissen Sie was? Ja, also ich weiß nur noch, wir haben uns getroffen vor ungefähr 20 Minuten. 20 Minuten bin ich ja gleich. Vielleicht, ja. Ich erinnere mich, heute Morgen war ein Präventionskurs der Polizei und da sollte den Bewohnern deutlich gemacht werden, wie man sich verhält bei Diebstählen. Ich fand das gut. Hier? Ja, hier im Haus. Hier im Haus. Machst du? 11.32 für den Arnold. Die Beamten beschleicht ein ungutes Gefühl. Bei der Leitstelle überprüft Paul Richter, ob der Präventionskurs angemeldet war oder ob sich dahinter ein besonders perfider Trickbetrug verbirgt. Wie gesagt, der Schlüssel... F32 von Arnold, komm. Ja, der hört. Komm Arnold. Komm, nicht angemeldet. Also von uns wurde kein Präventionskurs gegeben in der besagten Pflegeheim. Wie viele Personen waren denn hier und haben diesen, ja bedankt, haben dann diesen Kurs denn geführt? Können Sie sich daran sagen? Ja, der Kurs fand nebenan statt und ich kriegte gestern einen kurzfristigen Anruf und ja und ich fand die Idee eigentlich total gut. Das ist auch, machen wir auch, aber da würden wir uns auch weit vorher anmelden. Also wir rufen nicht einen Tag vorher an und sagen, komm so morgen, das machen wir eigentlich nicht. Ich kann mich gar nicht an die Namen erinnern. Ich habe auch nicht so ein besonders gutes Gedächtnis, Namensgedächtnis. Das ist nicht so schlimm. Wie sahen die denn aus? Waren die uniformiert oder kamen die in zivil? Ja, die waren in Uniform. Deshalb habe ich natürlich auch nicht nach den Ausweisen gefragt, weil ich... Na, ich meine, es waren Polizei... Ja, ich verstehe Sie, ich verstehe Sie. ...uniformen und die beiden sahen so aus. Das machen wir jetzt ein bisschen wegen des Blutes. Ja, lassen Sie bitte einmal nach vorne gucken, weil mehr Blut ist. Die Polizeioberkommissare Paul Richter und Martin Fuchs folgen den Blutspuren. Die führen zum Zimmer eines weiteren Heimbewohners. Guten Tag, die Polizei, hallo. Fragen Sie mal ganz ruhig. Einmal ganz kurz. Ja, das möchten wir gerne für dich. Einmal hinsetzen, bitte. Alles gut. Wo bin ich? Können Sie mir sagen, wer Sie sind? Ja, ich bin noch ganz nervös. Ja, ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Ich bin die Ulrike Winzer. Frau Winzer. Ist die Frau Winzer da? Guck mal, Herr Immotor. Ja, Mama, bist du ja. So einsam. Was ist passiert? Ja, wie ich das nur wüsste. Ja, wie ich das nur wüsste. Also, heute Morgen war doch der Kurs da im Tagesraum mit den Polizisten. Und wir haben erklärt, wie sich ältere Leute vor Liebstahl schützen sollen. Das war ganz interessant. Und ich ging um mein Zimmer. Tja, und auf einmal, wuff. Ich sah nur, wie geistes irgendeinen so. Und dann war ich irgendwie weg. Ja, ich war gerade bei euch. Wollte dich und Papa besuchen. Hast du dein Zimmer gesehen? Das ist total verwüstet. Das ist alles der Versorgung. Sie sind hier in dem... Hören Sie mal, Frau Winzer. Sie sind in Ihrem Zimmer niedergeschlagen worden. Ist richtig, ne? Ja. Ist dir irgendwas aufgefallen? Können Sie mir irgendwas sagen? Irgendwas Besonderes? Können Sie sich an irgendwas erinnern? Vorsicht, bis an die Wunde kommen, der Kollege. Das ging alles so schnell. Das war wie so ein Wusch. Es blitzte vielleicht so was wie ein goldenes Armband. Okay. So vorbei. Und dann habe ich noch was Weißes gesehen. Kein Schuh gewesen sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Also ein weißer Schuh und ein goldenes Armband. Das ist das, was Ihnen so im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Das ging aber so schnell. Können Sie mir irgendwas sagen, was mit Ihrem Mann ist? Wo ist er denn? Ja, den Papa habe ich auch nicht gefunden. Das Zimmer ist nur verwüstet. Der Tresor ist leer. Nein. Der Papa ist nicht da. Darf ich noch kurz an den Kollegen? Kommen Sie mich mal an. Kommen Sie mich mal an, genau. Damit wir nicht weiter bluten. Kopf nach vorne. Genau. Kommen Sie ein bisschen an mich an. Danke. Das reicht schon. Hast du das gerade mitbekommen? Nee. Ja, der Papa. Das Einzige, was sie mitbekommen hat, als dass sie niedergeschlagen wurde, dass so was wie ein goldenes Armband ist im Gedächtnis geblieben und weiße Schuhe. Weiße Schuhe sind jetzt hier nichts Ungewöhnliches. Gerade in einem Pfleger. Ja. Ja, also mein Mann. Ja, Gerd. Bleiben Sie ruhig mit dem Kopf nach vorne. Nur hin. Alles gut. Ja, der ist ein bisschen durcheinander in letzter Zeit. Also man muss immer auf ihn aufpassen, weil er wegläuft. Er ist dement, muss man schon sagen. Ja. Und deshalb ist wichtig, dass man ihn findet. Vielleicht ist ihm ja auch was zugestoßen. Sie haben mir erzählt oder Sie haben uns erzählt, dass eine Uhr hat mit einem GPS-Signal drin. Also so ein GPS-Sender ist in dieser Uhr. Ja, das ist es. Aber die hatte nicht bei sich getragen, weil die kaputt war. Die war in einem Tresor. Okay, wie würde er denn geortet werden, wenn er sie denn tragen würde? Ja, dann über mein Handy. Wollen Sie da mal gerade nachschauen? Ja, klar. Weil die Uhr war im Tresor und der Tresor ist leer. Nachdem die Mutter der Melderin versorgt wurde, wollen die Beamten im Zimmer des Ehepaares auf den Rettungsdienst warten. Dort treffen sie überraschenderweise auf einen Pfleger. Guten Tag. Oh, lass es ab mal sein, bitte. Lass aber fallen. Warum sind Sie jetzt hier? Was machen Sie jetzt hier? Wollen Sie sich gerade erst mal hinsetzen? Haben Sie Ihre Mutter? Ja, ich habe. Warten Sie mal da stehen, wo Sie stehen. Wissen Sie denn? Ich bin der Marlon Witte. Herr Witte. Darf ich Sie mal ganz kurz anfassen, Herr Witte? Die haben wir schon gesehen. Brauchen Sie nicht verdecken? Haben wir schon gesehen. Marlon, was machen Sie hier? Ich war ja im Aufreiben, ich habe hier das Chaos gesehen. Was für einen Armwand tragen Sie? Das ist von meiner Großmutter. Das habe ich noch nie an Ihnen gesehen. Was machen Sie? Sind Sie schon dabei mit dem Tracking? Ja? Ja. Okay, wunderbar. Ich brauche einen Ausweis von Ihnen, wenn Sie einen dabei hätten. Wo waren Sie denn die ganze Zeit über? Irgendwo drüben. Ich habe einem älteren Pärchen geholfen mit dem Essen und bin dann hierher. Ich bin dann vorbeigekommen. Das lässt sich dann natürlich nachprüfen. Ich sage Ihnen jetzt mal so, wie es ist. Die gute Frau ist niedergeschlagen worden. Ihr Mann ist jetzt im Moment noch vermisst. Nehmen Sie mal die Hand aus der Hosentasche. Ist ein bisschen höflicher. Was ihr jetzt aufgefallen ist, bevor sie niedergeschlagen wurde, waren weiße Schuhe und ein goldes Armkältchen. Beides sehe ich jetzt an Ihnen. Das heißt, Sie sind jetzt natürlich im Kreis derer, die wir jetzt verdächtigen. Deswegen sollten Sie sich genau überlegen, was Sie sagen. Weil das muss natürlich dann der Wahrheit entsprechen. Herr, darf ich mal Ihnen unterbrechen? Marlon war heute Morgen beim Präventionskurs dabei. Ja, ich war dabei und habe da geholfen. Und die Polizisten, die da waren, die haben dann den alten Menschen gezeigt, wie man mit ihren Wertsachen umgehen kann. Dass es keine Polizisten von uns waren, das ist Ihnen bekannt? Das musste ich nicht. Bei der Durchsuchung finden die Beamten keine Hinweise auf eine mögliche Schuld. Dennoch bleibt das Misstrauen. Denn der Pfleger trägt ein goldenes Armband, wie von der älteren Dame beschrieben. So, Sie waren noch vorhin beim Kurs und jetzt sind Sie plötzlich hier drin. Und so wie das für mich aussieht, versuchen Sie Beweise zu beseitigen. Ich habe mal aufgeräumt. Was denn bitte? Also, als wir dann aus dem Kurs kamen, war mein Mann mit dem Klaus noch zusammen. Vielleicht sind die irgendwo hin gemeinsam. Wer ist denn Klaus? Der Klaus wohnt auch hier in diesem Land. Sind gute Freunde. Ein ganz guter Freund von meinem Papa. Das Dramatische an diesem Fall. Der Vermisste leidet an Demenz. Sollte er sich also nicht in Begleitung seines Freundes befinden, ist er womöglich völlig orientierungslos. Dürfte ich noch was einwerfen? Ich habe jetzt ein Signal. Ich habe das GPS-Signal geortet. Okay. Wo ist das? Palanta-Straße steht hier. Palanta? Ja. Okay. Ist das ein häufiger? Ja, weiß ich wo er ist. Pass auf, darf ich mir das Handy von Ihnen ausleihen? Ja klar. Hauptsache, Sie finden meinen Papa. Ja, versuchen wir. Pass auf, machen wir Ihnen Übergabe an den 33? Richtig. Und dann würde ich sagen, wir statten da mal einen Besuch ab. Ja. Wir fahren direkt dahin. Wir halten es am Laufenden. Machen Sie sich keine Sorgen. Erstmal gesund werden. Den Rest machen wir. Nachdem die Beamten den verdächtigen Pfleger an die Kollegen übergeben haben, folgen sie dem GPS-Signal nach Köln-Poll. Die Spur führt Paul Richter und Martin Fuchs zu einer Kneipe. Auf jeden Fall Betrieb. Servus. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Sie, Polizei, haben Sie schon auf? Ja. Gerade so, hallo. Gerade so, hallo. Wir sind auf der Suche nach einem älteren Herrn. Aha. Der Herr Winzer. Der Herr Winzer. Sagt Ihnen das was? Winzer? Sagt Ihnen nichts? Sie sind der, Herr Winzer? Ja. Dürfte ich mal von Ihnen Ausweis sehen, bitte? Weil Sie werden, glaube ich, gesucht. Also nicht von uns, sondern von Ihrer Frau. Ich hab doch den Deckel gezahlt letztes Mal. Ja. Deswegen sind wir nicht hier. Deswegen sind wir nicht hier. Herr Winzer, wie kommen Sie denn hier hin? Ich war hier voller Kneipe und da hatte ich's durchgehabt. Dann sind Sie rein, ja? Ich bin hier gesehen. Ich bin hier mal vor der Tür. Sie sind hier der Inhaber. Ich bin der Inhaber, genau. Ah, dann haben Sie auch mal 12.32. Ja, klar. Ja, natürlich. Während Paul Richter die Leitstelle kontaktiert, will Martin Fuchs überprüfen, ob der demenzkranke Mann die Situation versteht. Offenbar war er nicht alleine unterwegs. Geht's Ihnen denn gut, Herr Winzer? Äh, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja? Ich weiß schon mal momentan nicht, wieso ich hier runtergekommen bin. Ja. Da war doch mein Freund Klaus auch noch mit bei. Der Klaus? Ja, von dem haben wir auch schon gehört. Der war auch weg. Ja. Ja. Ja gut, dann gucken wir mal. Weil die, die Frau sucht. Die Ehefrau. Was ist mit der? Die ist, äh ... Die ist doch im Heimzone. Genau. Ja, richtig. Sie hat aber sie vermisst. Nee, nee, das ist von Klaus die Mütze. Da ist von Klaus die Mütze. Okay. Weil hier noch jemand ist. Ist noch einer mit reingekommen. Bisschen stark einer. Aha. Aber die Mütze muss ja irgendwo herkommen. Auch die Tochter des älteren Herrn ist in großer Sorge um ihren Vater. Der demenzkranke Mann ist völlig überrascht, dass man ihn gefunden hat. Sie haben eine Uhr. Eine goldene Uhr haben sie noch. Haben sie früher. Genau. Von meiner Tochter. Und in der Uhr ist ein Sender drin. Damit konnte ihre Tochter sie ausfindig machen. Ja, GSP. Ja, genau. So weit. Das darf ich schon kurz drücken lassen. Ja, danke. Ja, wo ist die denn? Wo ist denn deine Uhr? Ja, die hab ich heute Morgen zu Hause. Das Gerät sagte uns, die Uhr wäre hier. Die hab ich nicht mitgenommen. Die hab ich nicht mitgenommen. Muss ja irgendwo sein. Arbeit war ja kaputt. Die muss ja hier sein, sonst hätten wir dich ja nicht finden können. Das ist richtig. Ist denn sonst noch irgendjemand hier drin gewesen? Hast du mir extra geschenkt? Ja, Gott sei Dank. Dann werde ich noch mal verloren gehen, ne? Ja. Genau, jetzt bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe. Interessant ist einfach, dass er sich nicht ... Hallo, was? Ich denke, hier sind keine Leute. Ich hab keine Ahnung, was ist denn da los? Nein, you're right here! Komm, was ist hier los? Hey, hey, hey. Komm, alles gut, alles gut. Ja, ja. Ist gut, ist gut, ist gut. Alles gut. Wen hab ich gemacht? Tasche fallen lassen. Tasche fallen lassen. Die Arme soll ich das sehen. Komm her zu mir. Alles gut. Alles gut. Was ist denn hier los? Lass mal die Arme oben. Der Pfleger im Krankenhaus hat die Frau von meinem Freund, den Gerd, zusammengeschlagen. Die beiden, also er und noch jemand, haben das Liebesgut in der Tasche und wir sind heimlich. Wer sind Sie denn? Ich bin der Klaus. Ich bin vom Gerd. Der beste Freund. Ganz ruhig. Klär mal gleich. Und die haben das Liebesgut alles in der Tasche reingepackt und dann habe ich mir ganz schnell den Gerd geschnappt und bin die heimlich hinterher. Der Gerd sollte aber draußen warten, schmierig stehen und ich habe ihn dann gestellt mit das Liebesgut. Wenn Sie gerade mal einen Ausweis für mich haben. So, jetzt zu Ihnen. Sie haben es mitbekommen. Was ist Blödsinn? Ich arbeite hier. Ich bin auf dem Weg zum Sport gewesen. Ja, fauchen Sie nicht so vor meinem Gesicht rum. Darf ich einen Blick mal in Ihre Tasche werfen? Die Aussage des jungen Mannes löst sich in Luft auf, als Martin Fuchs in der Spartasche das Diebesgut und die Dienstausweise der falschen Polizisten sicherstellt. So, Herr Arndt. Bitte? Ich belehre Sie jetzt. Sie sind vorläufig festgenommen. Ihnen wird zur Last gelegt, dass Sie ein Raubdelikt begangen haben und zwar in diesem Altersheim. Die Beweismittel hier, die wir jetzt in der Tasche aufgefunden haben, inklusive der Dienstausweise. Und wenn ich mir das jetzt mal miteinander vergleiche. Was sehen Sie da? Siehst du da eine Ähnlichkeit? Ja. Ich glaube nicht. Denk dir mal den Bart dazu, die falschen Haare dazu. So, und die andere Person, die ich hier sehe, Herr Vogt, das sind Sie. Na, da haben Sie wohl irgendwo was in den Problemen. Noch lecker werden. Komm her zu mir. Leugnen ist in diesem Fall zwecklos, weil der Freund des demenzkranken Mannes die Täter identifiziert. Zudem ist der Wirt auf dem falschen Dienstausweis deutlich zu erkennen. Ihr könntet einen der Täter schon mal nach draußen drängen. Ja, ist verstanden. Ich bring ihn schon mal raus. Alles klar, ich bring ihn. So, wir gehen einmal gemeinsam raus. Die beiden Männer müssen sich wegen Amtsanmaßung und Diebstahl verantworten. Der Pfleger erhält Anzeigen wegen Raubes und Körperverletzung.